Wir fanden mal Freischmerzen! Heute bekommen wir Schöneberger, Mirko Lanczes, Caroline Pimekus und Lachs Giermann! Abend! Guten Abend! Ich grüße Sie, ich grüße Sie euch, ihr Lieben, wie ist es? Guten Abend! Ich danke Ihnen! Einen wunderschönen guten Abend auch Ihnen nach Hause! Hier ist Freischmauze! Wir wollen wieder improvisieren, als gäbe es kein Morgen. Unsere vier Improhasen wissen immer von gar nichts, aber das Publikum und ich werden Sie gleich überraschen. Also, lasst die Spiele beginnen! Barbara, du bist jetzt eine Maklerin und die anderen bekommen von mir eine bestimmte Rolle zugeteilt und du musst dann erraten, wer oder was deine Wohnungsinteressenten sind. Du wirst nämlich jetzt eine Wohnung vorführen und da kommt der ein oder andere, sagen wir genau, drei kommen zu dir, um die Wohnung zu besichtigen, aber du weißt nicht, wer sie sind. Dafür musst du jetzt erstmal den Kopfhörer wieder aufsetzen, damit du uns nicht hören kannst. Gerne! Und stellt sich einfach mit dem Rücken zum Publikum, das wäre falsch. Okay, bis gleich! Frau Schöneberger! Okay, scheint beschäftigt. Pass auf, ich gebe euch jetzt die Rollen in der Reihenfolge, wie ihr gleich reinkommt. Mein Buzzer ist eine Klingel. Und so kommt ihr dann in die Wohnung. Und zwar zuerst kommt Max, du bist ein Mann mit zwei Köpfen, die sich zudem auch noch ständig streiten. Dann kommt Carolin und du bist Feng Shui-Expertin, die die anderen immer wie schlecht platzierte Möbel behandelt. Und als dritter kommt Mirko, du bist ein afrikanischer Medizinmann beim Regentanz. Beim Regentanz, afrikanischer Medizinmann beim Regentanz. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Gut, ihr seid soweit klar. Zuerst Max, dann Carolin, dann Mirko. Ich bin frei. So. Hast du nicht gemerkt? Ich mache immer diese kleinen Baby-Guzilla-mäßig, so kleine, dass alles so ein bisschen sich bewegt. Dann merkt Barbara immer schon, dass ich komme. Ein bisschen was habe ich gemerkt. So, ich bin also Maklerin, ja? So, du bist jetzt eine Maklerin, du hast jetzt offenes Haus. Und ich hoffe, dass du nach der Besichtigung mir sagen kannst, wer oder was die Interessenten sind. Was heißt hier offenes Haus? Ich habe hier eine total schrottige Zwei-Zimmer-Wohnung zu vergeben, ja, ohne Bad und Küche. Mal gucken, welcher Assi hier einzieht. Ach, der ist ja schon der Erste. Hallo? Schönen guten Tag. Na? Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Von Seidlitz. Was ist denn das für eine Schampe? Ah, Parkettboden. Ich hasse Parkettboden. Sag mal, ist doch nicht so schlimm. Parkettboden ist doch wunderbar. Ja. Darf ich dann, ist das das Fenster? Nein, es gibt kein Fenster in dieser Wohnung. Es gibt kein Fenster, sagt der Schlampe, dass ich Fenster bilden. Ja, jetzt haben wir mal. Beruhig dich mal. Sind Sie der Liquide? Machen Sie einen guten Job? Ich mache einen, er macht einen Scheißjob. Sag mal, ich mache einen guten Job. Guten Job. Und monatliche Einkünfte ungefähr. Die sieht aber geil aus. Oh, es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Ja. Ja. So. Hallo. Hallo. Oh, ja. Guten Tag. Hallo. Oh, ja, das merkt man nicht. Uh, diese Wand. Ach mein Gott, gut, dass ich meinen Hammer dabei habe. Wissen Sie, es ist ganz wichtig, dass der Drache auf die Straße sehen kann. Na klar. Äh, das wollte ich noch sagen, es gibt kein Fenster in dieser Wohnung. Was? Sind Sie verrückt? Äh, ne, ist nicht vollsehen. Aber können Sie sich ja auf eigene Kosten reinmachen lassen. Ja, ja, genau. Ja, dann kommen Sie mal rein. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Ja, dann kommen Sie mal rein. Ja, dann kommen Sie mal rein. Warte, warte, warte. Ja, wir haben auch Wasser, allerdings ist das im Mund. Warte, warte, warte. Haben Sie denn einen Job hier in Deutschland? No, no, warte, 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 warte. Not warte, warte. Not warte, warte. Ah, na sicher. Oh, look at this. Ja, ja, das war die Katze vom Nachbarn. Sänger, nein, die müssen hier sein. Hier. So. So, ein bisschen. Ja, spüren Sie das, wie die Energie fließt. Wie sie fließt. Ja, natürlich. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt nochmal zu Ihnen ganz kurz. Würden Sie sich denn... Sie scheinen mir ja der Vernünftigste zu sein. Würden Sie sich denn für diese... Hehehehehe. Sie hat nicht vernünftig gelandet. Jetzt halt mir die Kaffe. Gut, also... Hey, 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 hey. Frag Sie doch mal, frag Sie doch mal, wo die Schlafzimmer sind. Ja, ist ja gut. Wo sind denn die Schlafzimmer? So, ihr zwei, passt mal auf. Also, was ich eigentlich ertragen kann, ist diese Feng Shui-Nutte hier, die hier die ganze Zeit... Die hier die ganze Zeit einer auf gute Stimmung hier macht und möchte, dass man irgendwie der Drache hier irgendwie durchs Fenster durchgucken kann. Ja? Der Wohlstand. Ja, Feng Shui, ja. Und so nett ihr zwei seid, so ein Tourette-Syndrom-Kappes hier, kann ich auch nicht brauchen. Ja, das könnte ich auch nicht gebrauchen. Was willst du denn? Schizophrenie? Wird das behandelt? Achso, nicht ganz. Haben Sie vielleicht ein Aspirin? Ich habe auf der einen Seite solche Kopfschmerzen. Oh nein, ein siamesischer Zwilling? Oh Gott. Aber nur in einem Bereich sozusagen. Oh Gott, ein Mann mit zwei Köp? Ja! Da vergebe ich doch meine Wohnung lieber an den, ich sage mal, an den Afrikaner vom Stamm der Nuba, der für Regen tanzt. Ja! 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 Ja!